Hier ist die Junior-Suite mit Dusche und Schlafzimmer, kann man oben rauschauen, haben wir was Schönes. Hier ist dann der Hausgang des Anzeigezimmers und hier haben wir noch so ein kleines Zimmer, wo man sich schön Fenster schauen kann, mit Fenster. Und es ist schön jetzt. Ja, ich würde auch sagen, ne?